So und damit herzlich willkommen an diesem wunderschönen Sonntag, es ist wahrscheinlich 18 Uhr und heute zeige ich euch, was ein Spiel, was besser als Minecraft und Mindtest werden könnte. Im Moment ist es noch nicht, weil hier Alpha steht. Ich gehe einfach mal in Mehrspieler und auf jeden Fall, ich feiere das Spiel übel. Ich join mal auf den Server und dann kann ich euch das mal zeigen. Jetzt laden erstmal die Medien. Und jetzt müsst ihr gleich fertig sein. So, die Medien haben fertig geladen und ich bin jetzt in-game und ich drücke direkt F1, drücke G, Tab, Enter. So und wie wir hier sehen, ich habe Flugmodus und ich glaube man merkt jetzt schon, warum ich eben gerade gesagt habe, dass ich das Spiel ultimativ übelst feiere. Und warum das ein Ersatz zu Mindtest werden könnte, weil, und Minecraft vor allem auch, weil, gönnt euch mal die Grafik. Also, die Grafik ist ja mal mega geil einfach. Das Spiel ist noch in der Alpha, aber ich feiere das jetzt schon des Todes. Also wenn man sich das mal anguckt, gibt es sowas wie Fast. Ne, gibt es nicht, schade. Das heißt, ich muss jetzt hier beim langsamen Modus rumfliegen, aber ich feiere das Spiel übelst. Also guckt euch das mal an. Das ist ja mal, also von der Grafik ist es todesgeil, wenn es jetzt auch noch so wird, dass man auch noch was craften könnte, weil es gibt zwar I, du kannst zwar eigentlich was craften. Aber das Problem ist bloß, der Stick, den du zu allem brauchst, ist noch ein anderes Item. Ähm, ja, deswegen geht es jetzt auf dem Server hier noch nicht. Eigentlich fliege mal kurz ein bisschen durch die Welt und zeige mal ein bisschen die Welt, aber das ist eher durch feieres Spiel übelst. Jetzt einfach schon von der Grafik her. Wenn es dann später jetzt hier noch, was ich auch noch feiere, wenn es jetzt so ein bisschen abbaut, nicht ganz abbaut, dann geht es langsam nur zurück. Also, das ist halt nicht direkt wieder kaputt. Kann man jetzt hier abbauen. Dann droppt es halt so ein Kameradmanus hinunter. Also von der Grafik her ist es übelst geil einfach. Gönnt euch das mal, ey. Achso, kriegt man Sticks. Achso. Ah. So kriegt man also Sticks, okay. Ich dachte mir schon, hätte ich kann es nicht ganz craften, aber es macht natürlich Sinn, dass man die aus Ding bekommt. Okay, dann hat jetzt die Aufnahme tatsächlich was gebraucht, außer ich finde die Grafik geil. Ja, also ich feiere die Grafik halt bis Todes einfach, weil der Shader ist so übertrieben, der ist eigentlich schon fast für eine Vergewaltigung für die Augen. Gönnt euch das mal hier einfach. Einfach nur mal gönnen. Warum man da hinten draufbeuten kann, keine Ahnung, aber... Also der Shader ist ja mal mega geil. Also, dafür, dass es noch in der Alpha ist, ist das Spiel schon jetzt geil. Und ich sag so oft geil, aber mir eragt schon. Ja, ähm... Dann würde ich sagen, fange ich hier mal ein bisschen an. Ist das so ein Wusch? Es leckt auch ein bisschen und es ist auch das ein oder andere mal abgeschmiert. Ähm, und die Höhlen sind auch geil, sind immer so scheiße. Also, wenn man sich mal die untere Lunge anguckt, also das ist mehr als Alpha, das ist... Das ist schon ein recht cooles Spiel, das ist ja mindestens ein Starer programmiert. Und da ich da aber schon ein bisschen kann, würde ich da vielleicht auch ein bisschen beim Programmieren mithelfen. Äh, mal schauen. Also, was Mods anbetrifft. Jetzt, die Engine wahrscheinlich eher nicht oder so, aber... Ja. Also, gönnt euch das mal. Ja. Ähm... Ich nehme an, dafür braucht man ziemlich viel gute Grafikeinstellungen. Also, ich habe jetzt, glaube ich, Ultra... Äh... 4K, glaube ich, habe ich jetzt Grafikeinstellungen. Aber ich habe auch für einen Rechner, der jetzt sowas kann. Also, das ist nicht Problem, aber... Ähm... Also, ich feiere das auf Flügels. Mit einem langsamen Rechner weiß ich, ob das dann immer noch so geil aussieht. Auf jeden Fall, ja. Was soll ich dazu sagen? Keine Ahnung. So, jetzt crafte ich mal. Was... Für was braucht man denn eine Schaufel? Ich kann dir mal kurz zeigen, wie man irgendwas craftet. Vielleicht muss ich erst mal das so craften. Das finde ich auch gewiss. Und das ist ja hier so. So, dann wird das jetzt hier so gemacht. Und jetzt hat man hierher eine Stampy-Table. Da haben wir jetzt Dicks da. Ne, die kann man nicht rein tun. Äh, ich glaube, man kann aber das rein, da rein tun. Ups. Es ist runtergefallen. Nein. Komm her. Haha. Also, von der Grafik her ist das Killer einfach. Das killt einfach alles weg, was ich bisher gesehen habe. Das ist sogar besser als Minecraft von der Grafiker. Würde ich jetzt so annehmen. Aber hat man hier so, weiß ich, sogar schon so einen Hammer. Und mit dem kann man jetzt wahrscheinlich... Muss man jetzt wahrscheinlich hier unten reinziehen. Also, das ist ein bisschen Gewöhnungssache, aber... Kann man sich jetzt wahrscheinlich hier... Ne, das geht ganz schnell. Na ja, ich wollte jetzt da so ein bisschen mir einen Baum machen. Was habe ich hier eigentlich gerade? Also, mit dem Gauss-Modus ist das Spakt noch ein bisschen rum, aber... Also, ich feiere jetzt einfach das Todes hier. Was wollte ich mir machen? Was habe ich jetzt? Eine Schaufel, eine Axt. Na, aber wo kann man sich eine Spitzhacke machen? Wenn du nur eine Spitzhacke machen. Äh, wo ist eine Spitzhacke? Axt. Pick Decks. Wollen wir mal eine Rod? Und ja, also, das ist noch alles ein bisschen... Ja, aber ich werde jetzt... Also, auf dieses Spiel muss man auf jeden Fall ein Auge drauf halten, weil das ist echt cool. Also, ähm... Ich meine, das ist noch nicht ganz ausgeraten, aber das ist noch eine Alpha. Also, kann man sich ja nicht beschweren. Woodenbox. Hier gibt man dann diese Woodenbox aus Brettern. Und die Bretter bekommt man aus... Oh, ein Crafting 1. Okay, da falls man es mit einem Paar... Äh, hier gibt es nämlich auch so Spressed und sowas, die man zu füllen muss. Und das ist wahrscheinlich, bevor man dann irgendwas anderes machen kann. Aber ich zeige einfach noch ein bisschen die Grafik und die Landschaftsgeneration. Weil ich einfach die Überschule finde. Ähm... Wie gesagt, das ist halt noch in der Alpha. Man kann noch nicht wirklich viel machen, aber... Ist halt noch Alpha. Aber ja. Ich glaube nur, das ist in der Beschreibung, wenn ihr euch das aufholen wollt. Da geht ihr dann einfach auf die Seite, die in der Beschreibung steht, und rechts oben auf Download. Oder könnt ihr euch das dann runterladen. Genau. Ja. Ich glaube, man wird auch schneller, wenn man so schnell... Fliegt. Der Ghostbusters packt man so ein bisschen rum. Ich weiß überhaupt nicht, warum der Ghostbusters überhaupt drin ist. Aber das ist zum Zeigen ganz cool auf jeden Fall. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich? Was ist das? Was ist das? Ach, ein Hammer. Okay. Sind das hier Sticks, die man... Ja, das sind Sticks. Also, ja. Dazu muss ich nicht mehr sagen. Also die Grafik ist natürlich killer. Das ist so. Also... Ja. Ja. Ja, Backhalten. Ja, alles klar. Ich glaube, wenn hier ein Kaktus-Arfer... Hallo, Kaktus, komm her. Hallo. Ach, hab ich schon angesammelt. Ja. Ich wollte euch einfach nur beides zeigen, weil ich finde meintest im Moment eh nicht mehr so interessant. Vielleicht werde ich auch mal ein paar VOP-Videos bringen. Ähm, World of Patman. Weil das mir auch im Moment ein bisschen Spaß macht. Aber bei meintest habe ich eigentlich eigentlich also umgesetzt, was man so machen kann. Und meintest... Finde ich gerade ziemlich interessant. Ähm, meintest finde ich gerade ziemlich uninteressant. Ja, und da ist scheinbar mein Ding abgeschmiert. Und ich würde sagen, da überlasse es dann auch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Und bis halt noch in der Beta. Danke fürs Zusehen und Tschüss.